Wir starten mit Ihnen in eine neue Woche und mit brisant herzlich willkommen dazu. Schönen guten Abend heute zur Sendung. Wer gestern Abend Polizeiruf geguckt hat oder Günter Jauch im Anschluss, der hat einen fesselnden Film gesehen und eine spannende Diskussion danach zum Thema Wenn Eltern Kinder töten. Und der Film und auch die Diskussion wurden jetzt eingeholt von der Realität. Es gibt einen aktuellen Fall und dazu mehr heute bei uns. Ja, zum Glück reden wir immer noch von Einzelfällen, aber es passiert eben immer wieder, dass Eltern ihre Kinder töten. Und jedes Mal fragen wir uns, wie kann das passieren? Ihre, wie sie sagt, ganz eigene Entscheidung hat Menschen auf der ganzen Welt bewegt und zum Diskutieren angeregt über das wichtige Thema selbstbestimmtes Sterben. Brittany Maynard hat den Zeitpunkt selbst gewählt, an dem sie sterben wollte. Ja, gibt es weiter, das funktioniert. Ihre Botschaft, ihre Geschichte wurde millionenfach im Internet geklickt und geteilt auf Facebook von vielen, vielen Menschen. Es hat auch Kritik gegeben, das haben wir auch angesprochen, aber im Großteil gab es Unterstützung. Nur in 55 Bundesstaaten ist selbstbestimmtes Sterben in den USA erlaubt. Und Britannys große Hoffnung war es, dass ihre Geschichte zum Umdenken anregt. So, wir brechen jetzt ganz anderes Thema. Wir werden prominent und da gibt es jetzt Musik von oben mit Segen. Schöne Musik, hier ist sie. Ja, die Kirche in Italien geht neue Wege, kann man wirklich sagen. Eine singende Nonne entstaubt nämlich gerade das Image der Kirche dort und begeistert mittlerweile Menschen auf der ganzen Welt. Sie hat, das ist eine irre Geschichte, bei einer Castingshow in Italien teilgenommen und sich dann in die Herzen der Zuschauer gesungen und zwar so. Also, ein bisschen Glamour in der Kirche und so offen, wie sich dieser Papst bislang zeigt. Wer weiß, vielleicht gibt es noch ein Ständchen im Vatikan. Wir wären gern dabei. Nicht umsonst, das wissen alle Eltern, ist Schlafentzug ein Foltermittel. Nicole Kidman zeigt in ihrem neuen Kinofilm nun, was passiert, wenn man nicht mehr schläft. Es kommt, wie es kommen muss. Die Frau, die sie spielt, gerät an den Rand des Wahnsinns. Ich darf nicht schlafen, heißt der Film und er zeigt eine neue, ganz ungeschminkte Nicole Kidman, die sagt, dass ihr dieser Film vieles bewusst gemacht hat, vor allem, wie wichtig Erinnerungen sind. Genießen, was man hat, muss man sich immer wieder sagen. Nicole Kidman also bald im Kino in diesem spannenden Film. Wer Fußball mag, der kennt Jürgen Klopp und wer Mode mag, der kennt sie, Anna Wintour. Sie ist die Chefin der amerikanischen Vogue. Vorlage für den Film, haben Sie vielleicht gesehen, der Teufel trägt Prada. Und die Geschichte dieser herrischen Modeschefin ist eine wahre Geschichte. Aber sie ist eben nicht nur Chefin dieser Modezeitung. Es heißt, ihr Urteil entscheidet, ob eine Kollektion gut ist oder nicht. Jetzt haben wir nochmal hohen Besuch heute in der Sendung. Wir sind ja immer sehr bemüht, Menschen glücklich zu machen. Und jetzt kommt ein Paar, das sich seit langem wünscht, einmal bei Brisant, also da, wo die Stars zu Hause sind, dabei zu sein. Das machen wir natürlich sehr gern. Wir freuen uns jetzt ganz herzlich auf Waltraud und Mariechen. Die beiden sind aus Franken, das kenne ich gut. Meine Mutter ist von dort, die können Kai D. sprechen. Und die haben den Obama schon getroffen und die Frau Merkel. Und ich glaube, Andi Borg, der sie sonst nämlich bei sich in der Sendung hat, der ist ganz froh, dass sie heute mal bei uns sind und einen Tag nicht bei ihm.